Hey Leute, auch dieses Jahr gibt's was Feines zu Halloween. Ich hab mal ein bisschen wieder bei ein paar Leuten rumgefragt, ob die irgendwas Gutes haben, was man zeigen könnte. Und mir wurden da zwei Sachen geschickt, die ich nicht kenne. Und ich dachte mir, dann teste ich das, wenn irgendwer meint, das wird dazu passen. Das Ganze sieht mir nach Pokémon aus, aber... Hä? Hä? Was soll das? Das sollte angeblich Nick von Gold oder sowas sein, oder... Harry, Harry, was? Hä? Unnown? Hä, das ist ein Icognito, das kann irgendwer lesen eigentlich. Ich weiß nicht, was da steht. Und ein Vollriegel. Was zur Hölle ist das? Was soll ich jetzt hier machen? Was zur Hölle? Es ist dunkel. Ah, die Musik ist nicht gerade schön. Äh... Uh, der kann jetzt... Ach. Was zum Fick ist das denn? Was zum Fick ist das denn? Okay, hier gibt es ja nur einen Gang, also... Das soll wohl ein ganz schlechter Scherz sein. Oh Gott. Ich geh den ganzen einfach mal weiter. Ich hab keine Ahnung, was kommt. Ja, hier ist nichts. Ein Schild. Turn back now. Ja, ich will zurück. Ah! Harry, Harry, Harry has fainted. Was zum Fick ist denn hier jetzt kaputt? Außerdem kommt mir grad die Musik ein bisschen laut vor. Aber die ist wenigstens schon berühmt. Im Gegensatz zu dem, was davor ungefähr war. Äh, aber... Was soll ich denn jetzt tun? Ach du Scheiße, das ist tatsächlich futsch. Ey, das sind jetzt andere, oder? Ich kann's trotzdem nicht lesen. Die haben ja... Die stehen ja alle für Buchstaben... zur Hölle. Was ist das hier denn jetzt schon wieder? Was passiert denn jetzt? Oh Gott. Was ist das? Wieso bin ich weiß und hab rote Augen? Was... zur verdammten Scheiße ist hier los? Das ist doch... Das ist doch nicht mehr witzig, oder? Verdammten Scheiße ist hier kaputt. Na klar. Ein Perish Song. Was wird das? Das sind schon wieder andere, oder? Ich kann... Ich kann aber... Ich kann aber... Ich glaub nicht, wo nicht lesen. Ich weiß nur, dass es verschiedene Buchstaben sein sollen, und... Was... ist das hier? Was ist kaputt? Mit euch? Mit dem Spiel? Aber ich glaub ich hab ne Ahnung, warum das zu Halloween passen sollte. Hm... Ich wehrt nicht mehr. Was ist denn das hier? Äh... Oh Gott. Ich... Frag nicht... Warum Menschen hier stehen in der Reihe. Äh... Hm... Soll ich die mal anquatschen? Geht das überhaupt? Die haben nichts zu sagen. Die stehen einfach noch im Riesendeko. Äh... Nicht beachten... Hm... Hm... Was soll das denn jetzt werden hier? Ist das... Once to Battle. Da sieht man so aus wie die aus der ersten Generation. Und das Pikachu-Deutsch... Das sieht ja sehr glücklich aus. Level 255. Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn hier kaputt, ey? Da ist ja lieber jetzt auch noch Shiny. Ja, ich kann nur Perish-Song machen. Was soll denn das? Also... Das ist... Ihr Abgesang. Also es werden beide sterben. Ich kenn nur den Grund von dem nicht. Hilfe. Was ist das? Für ein Scheiß-Kampf. Hilfe. 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 Was ist das? Jetzt bin ich durchsichtig. Oh Gott, ich kann den Moonwalk. Ich bewege die Beine nicht, die Füße nicht. Ich kann da nichts machen. Nicht, weil es weggeht. Radio? Auch nicht. Okay, ich würde mal sagen, ich bin wieder zu Hause. Also Mutter, mach mal was zu futtern. Wo ist die denn? Geh ich mal raus. So, verdammt, was? Äh, hä? Also ich komm, aber... Hä? Was sagt mein Cell, wie? Ich hab kein Cell, wie? Die Pokémon sind schon wieder anders. Ich hab keine Ahnung, was mir die Ikognito sagen wollen. Ich kann die echt nicht lesen. Hier geht's ja auch nicht weiter oder so, ne? Ach du Scheiße. Was für ein Scheiß. Machen die mit einem hier? Nicht beachten, weitergehen. Was ist das? Das bin ich, oder? Goodbye forever. Was? Used Nightmare. Was? Was? So, Helle. Was? Überall Grabsteine. Was ist denn jetzt kaputt? Ikognito schon wieder. Kann das so ein I sein? Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. War das ein D? Wie könnte das sein, ne? Ah, das sieht mir noch ein A aus. Und das wieder ein D. Warte, D, A. Dead? Was zur Hölle ist kaputt hier? Rest in Peace. Was ist... Ich glaub, ich bin tot. Was? Oh Gott. Was zum Fick ist das hier? Ich werd nie wieder Pokémon anfassen. Nie wieder. Und ich weiß auch nicht, ob es hier noch was gibt oder weitergeht. Also... Yay. Naja, da Pokémon ja ziemlich gut endet, genet hat, ähm... Wollte ich jetzt mal das zweite Spiel... Wollte ich auch mal das zweite Spiel euch zeigen und... Das sah mir erst nach nem schönen Sonic aus, aber das sieht jetzt hier nicht mehr so... Exzellent aus. Die Musik gefällt mir dann wieder gar nicht. Was zum... Okay, ich laufe einfach mal. Ist das ein... Tot gematschtes... Kaninchen-Hasen-Ding? Und dort... Und... Ach du Scheiße. Oh Mann. Okay, das ist ein bisschen sehr makaber, oder? Was zur Hölle? Ist denn hier kaputt? Ich will hier nicht mehr... Sein. Äh... Hey Sonic... Ach... Du... Wow, ganz ruhig, okay? Hallo, do you want to play with me? Nein. Hide and seek. Ähm... Tails sagte, ich soll rennen. Also renne ich, mein Lieber. Was ist das? Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Bitte, bitte, bitte. Ich hab Angst. Kann ich springen? Kann ich springen? Lauf doch, lauf doch schneller. Verfickte Scheiße hat uns doch. Was passiert jetzt? Okay. Nein danke, ich glaube ich werde noch diesem verstörenden, sehr verstörenden Ereignis Nie wieder Pokémon oder Sonic anfassen Lass mich einfach jetzt bitte mal für so ein paar Stunden in Ruhe, danke